Und weiter geht's. Wir sind jetzt hier, warte mal, steck mal die Waffe weg. Wir sind jetzt hier in Corazen und sollen uns mit Haken unterhalten. Okay, interessant. Okay. 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 Hey there, sweetheart. You looking for some fun? I gotta say, that soldier kid up looks real good on that body of yours. Why don't you sit your sweet little ass down beside old Harkin? Have a drink. Have a drink. See where this goes. Maybe later. Suit yourself, princess. You know, if more marines look like you, I might have joined the alliance instead of C-Sec. Harkin, right? I was told you could help me find someone, a Turian C-Sec officer named Garrus. Garrus? Heh. You must be one of Captain Anderson's crew. Poor bastard, still trying to bring Saren down, eh? I know where Garrus is. You gotta tell me something first. Did the captain let you in on his big secret? I just need to know where Garrus is. But it's all related, don't you see? The captain used to be a specter. Didn't know that, did you? It was all very hush-hush. The first human ever given that honor. And then he blew it. He screwed up his mission so bad they kicked him out. Of course, he blames Saren. Says the Turians set him up. Why'd they kick him out? Have to ask him. I never heard any of the details. But it's a good story, though. The heroes fall. Classic tragedy. Ah, ah. You said they covered all this up. How'd you hear about it? I spent 20 years working cases here on the Citadel. People on this station love to talk. Secrets are like herpes. If you got them, might as well spread them around. You're a pig. Just noticed that now, did you? Just tell me where Garris went. Garris was sniffing around Dr. Michelle's office. She runs the med clinic on the other side of the wards. Last I heard, he was going back there. I'm out of here. Yeah, good. Go. Let me drink at peace. I think that's not the entrance. I think that's not the entrance. I think that's not the entrance. What do you think about this, right? Oh, no? No. 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 Den haben wir schon, ja. Da hat es der Fahrstuhl, dann geht es hier. Was hast du? Ich habe vorhanden für die Veränderung von Korruption und Organisativen auf der Citadel, aber es gibt wochen, wo ich nicht gehen kann. Ich hoffe, dass du mit dem, was du findest, während dein eigenes Investitionen erzählst. Ich kann es mit deinem Zeit machen. Wie wissen Sie, dass meine Investitionen herausfordert alles, was du brauchst? Du wirst nicht investigieren, wenn es nicht groß ist. Und wenn es groß ist, ist es etwas, was ich gerne hören möchte. Wie wissen Sie, dass ich etwas hier auf der Citadel investiere? Ich bin ein guter Journalist, Commander Shepard. Word geht es um. Das ist eine gute Grund. Wenn ich eine Information finde, dann ist es du. Danke, Commander. Du wirst es nicht vergleichen. Ich glaube nicht, dass du das hier verkauft hast. Ich habe das hier verkauft. Ich habe das hier verkauft. Schau, ich weiß, dass es du warst. Ich erinnere dich. Ich erinnere dich. Wirklich? Du bist, Commander Shepard. Der Hero von Eden Prime. Ich bin sehr erinnert, dass dich zu treffen. Schön, dass dich zu treffen. Und du bist? Mein Name ist Konrad. Konrad Werner. Sie sagen, dass du mehr als 100 Geht auf Eden Prime hast. Sie sagen viele Dinge. Ich bin zu viel, um sie zu töten zu töten. Hey, ich weiß, dass du wahrscheinlich beschäftigst. Aber, ähm, hast du Zeit für eine Autographie? Hier geht's. Danke. Ich freue mich wirklich. Deine Frau wird sehr beeindruckt. Ich werde dich zurückkommen. Oh, aber die nächsten Mal du bist auf der Erde, ich würde gerne einen Drink kaufen. Danke wieder. Oh, wo geht's da hin? Ach so, da geht's da hin. Okay. Ich meine, es gibt schlimmere Orte in Computerspielen, wo man sich verlaufen kann. Zum Beispiel Vivec in Morrowind. Aber, äh, das hier ist auch schon ein bisschen unübersichtlich, die Citadel. Und das Schärfste ist ja noch, äh, zumindest in Part 2. Part 3 habe ich nie gespielt. Aber zumindest in Part 2, äh, besucht man die Citadel auch wieder. Und die hat ein ganz anderes Layout. Also ist man ganz woanders in der Citadel quasi. So, dass, äh, selbst wenn man sich hier gemerkt hat, wie das alles ungefähr funktioniert, kommt man trotzdem nicht weiter, weil es alles wieder anders ist. Oh, hier ist vorbei, okay. Dann muss ich ja wahrscheinlich runter, oder? Oder was ist das hier? Ja. Ich habe nicht jemandem gesagt, ich versuche. Das war smart, Doc. Jetzt, wenn Geras kommt, dann bleibst du smart. Bleib dein Schmerz. Wer bist du? Wer bist du? Lasst sie weg. Ah! All clear, Commander. All clear, Commander. Wer bist du? Wer bist du? Dr. Michelle? Du bist du? Nein, ich bin okay. Dankeschön. Alle von dir. Warum haben sie dich beschädigt? Wer arbeiten? Wer arbeiten? Wer arbeiten für Feast. Sie wollten mich aufhören, um mich zu erzählen, um mich zu erzählen. Was Quarien? A few days ago, ein Quarien kam bei meinem Office. Sie wurde schraubt, aber sie würde mich nicht sagen, wer macht es. Ich konnte sagen, sie hatte Angst, wahrscheinlich auf dem Weg. Sie hat mich gefragt, über den Schmerz. Sie wollte, um die Schmerz. um die Schmerz. Wo ist sie jetzt? Ich habe sie in Kontakt mit Feast. Er ist ein Agent für den Schmerz. Nicht mehr. Er arbeitet für Saren. Und der Schmerz ist nicht zu glücklich. Feast hat die Schmerz? Das ist schrecklich, sogar für ihn. Saren muss ihm erheblich. Der Quarien muss haben etwas, die Saren will. Etwas, was erzielt für die Schmerz. Hmm. Sie muss haben etwas, das erzielt, dass er ein Traitor ist. Die Quarien hat nichts über Saren? Oder die Schmerz. Sie hat es. Sie hat es. die sie mit der Schmerz. Sie sagte, es hat etwas zu tun, mit den Schmerz. Sie muss erzielt, die Schmerz zu den Schmerz. Es gibt keine Art und Weise, dass die Schmerz kann das nicht ignorieren. Es ist Zeit, dass wir Pfist eine Besuchung haben. Das ist dein Show, Shepard. Aber ich möchte, wie Sie das machen. Ich komme mit dir. Du bist ein Turian. Warum willst du ihn? Ich habe nicht gefunden. die ich brauchte, in meiner Forschung, aber ich wusste, was wirklich passiert. Saren ist ein Traitor für die Kanzel, und ein Disgrace für meine Leute. Willkommen, Geras. Du weißt, wir sind nicht nur diejenigen, nach Fist. Der Schmerz hat einen Krogan Bounty Hunter namens Rex für ihn raus. Ja, wir sehen ihn in der Bar. Ein Krogan könnte sein in der Hand. Als ich gehört habe, er war in der C-Sec Academy. Was ist er da? Fist hat ihn verletzt, ihn zu machen. Wir haben Rex in für ein kleines Gespräch gebracht. Wenn du schnellst, dann kannst du ihn an der Academy bevor er rauskommt. Geh raus. Okay. Sorry, Ashley. Du bleibst zu Hause. Goodie. Warte, 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 warte. Bevor wir irgendwas machen. Genau. Warum können wir das nicht weiter erhöhen? Warte mal, äh, 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 es gibt neues Equipment. Achso, Explosions-Fusion-Gedones. Warte, 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 warte. Ja, wir schauen wirklich aus. Nee. Na whatever Mia kam die mitbeiter B-Badau im Mr. Warte mal mit ihr und bra shoulder. Warte, warte mal mit ihr. Wenn es sie ohnesolst. Mann. Da, war sie. Warte, warte, Oh. Sehr schön. So, CSEC Academy. Die war hier durch, oder? Ne, hier runter, okay. Aber noch so einen kleinen, lustigen, putzigen Gesellen. Okay. So. Ja, daran erinnere ich mich noch. Es ist sehr viel Fahrstuhlfahren in diesem Film. Aber es ist schon, ich glaube, es ist deutlich weniger geworden. Früher waren die Fahrstuhlfahrten länger, weil man längere Ladezeiten hatte. Und die wurden durch die Fahrstuhlfahrten clever überbrückt, was dann dazu geführt hat, dass alle sich über die Fahrstuhlfahrten beschwert haben. Ja. 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 Get out of here! Do I know you, human? My name's Shepard. I'm going after Fist. Thought you might want to come along. Shepard. Commander Shepard. I've heard a lot about you. We're both warriors, Shepard. Out of respect, I'll give you fair warning. I'm going to kill Fist. Fist knows you're coming. We'll have a better chance if we all work together. My people have a saying. Seek the enemy of your enemy. And you will find a friend. I think we're going to get along just fine, Rex. Let's go. I hate to keep Fist waiting. So, sehr gut. Bisschen wenig Biotex hier, aber was soll's. Nice. Das war noch einer. Sehr gut. Und dann können wir gucken, dass wir hier wieder rausgehen und zu Fist und dann Fist äh ... äh ... äh ... äh ... ... regeln und dann gucken, dass wir hier zu dem Quarien und dann die Beweise finden und ... äh ... das ist alles sehr übersichtlich hier. Okay, um ... So, was location ... ... Koglas denn. ... Was ist das? Das war's. jetzt sollte ich ab und zu mal auf die gesundheitsanzeige gucken ja Das war's für heute. Wie soll man denn auch darauf kommen? Irgendeiner steht da noch. Ah, der Bonser. So, alle tot jetzt? Ja. Ja, genau. Das ist eine gute Idee. Ja, ich habe immer noch Fist gewonnen. Ja. Es wäre schneller, um sie zu töten. Schweren Menschen nicht immer die Antwort. Oh, Sklutt. Okay. 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 So, okay. Okay. So, um. Okay. Okay. Let's go. All patched up. So, hier oben hoch, ne? Where's the Shadow Broker? Where's Fist? They'll be here. Where's the evidence? No way. The deal's off. Fist set me up. I knew I couldn't trust him. Were you hurt in the fight? I know how to look after myself. Not that I don't appreciate the help. Who are you? My name's Shepard. I'm looking for evidence to prove Saren's a traitor. Then I have a chance to repay you for saving my life. But not here. We need to go somewhere safe. We could take her to the human embassy. Your ambassador will want to see this anyway. Yes. You're not making my life easy, Shepard. Firefights in the wards and all-out assault on Korra's den. Do you know how many- Who's this? Aquarian? What are you up to, Shepard? You wanted proof Saren's a traitor. This is it. Really? Maybe you better start at the beginning, Miss... My name is Tali. Tali Zora Naraya. We don't see many Aquarians here. Why did you leave the flotilla? I was on my pilgrimage. My right of passage into adulthood. I've never heard of this before. It is a tradition among my people. When we reach maturity, we leave the ships of our parents and our people behind. Alone, we search the stars. Only returning to the flotilla once we have discovered something of value. In this way, we prove ourselves worthy of adulthood. What kinds of things do you look for? It could be resources like food or fuel. Or some type of useful technology. Or even knowledge that will make life easier on the flotilla. Through our pilgrimage, we prove that we will contribute to the community. Rather than being a burden on our limited resources. Tell us what you found. During my travels, I began hearing reports of Geth. Since they drove my people into exile, the Geth have never ventured beyond the veil. I was curious. I tracked a patrol of Geth to an uncharted world. I waited for one to become separated from its unit. Then I disabled it and removed its memory core. I thought the Geth fried their memory cores when they died. Some kind of defense mechanism. How did you manage to preserve the memory core? My people created the Geth. If you're quick, careful and lucky, small caches of data can sometimes be saved. Most of the core was wiped clean. But I salvaged something from its audio banks. Eten Prime was a major victory. The beacon has brought us one step closer to finding the conduit. That's Saren's voice. This proves he was involved with the attack. He said Eten Prime brought him one step closer to finding the conduit. Any idea what that means? The Conduit must have something to do with the Beacon. Maybe it's some kind of Prothean technology. Like a weapon. Wait, there's more. Saren wasn't working alone. Eden Prime was a major victory. The Beacon has brought us one step closer to finding the Conduit. And one step closer to the return of the Reapers. I don't recognize that other voice, the one talking about Reapers. I feel like I've heard that name before. According to the Memory Core, the Reapers were a hyper-advanced machine race that existed 50,000 years ago. The Reapers hunted the Protheans to total extinction, and then they vanished. At least, that's what the Geth believe. Sounds a little far-fetched. The vision on Eden Prime. I understand it now. I saw the Protheans being wiped out by the Reapers. The Geth revere the Reapers as gods. The pinnacle of non-organic life. And they believe Saren knows how to bring the Reapers back. The Council is just going to love this. The Reapers are a threat to every species in Citadel's space. We have to tell them. No matter what they think about the rest of this, those audio files prove Saren's a traitor. The Captain's right. We need to present this to the Council right away. What about her? The Quarion? My name is Tolly. You saw me in the alley, Commander. You know what I can do. Let me come with you. I thought you were on your pilgrimage. The pilgrimage proves we are willing to give of ourselves for the greater good. What does it say about me if I turn my back on this? Saren is a danger to the entire galaxy. My pilgrimage can wait. I'll take all the help I can get. Thanks. You won't regret this. Anderson and I will go ahead to get things ready with the Council. Take a few minutes to collect yourself. Then meet us in the tower. Okay, dann würde ich mal sagen, machen wir hier wieder einen Cut. Und beim nächsten Mal geht es dann mit dem Council-Meeting weiter, mit dem zweiten. Und dann bis dann. Ja. Tschüss.